Musik Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe den Verdacht, dass meine Frau mich betrügt. Sie benimmt sich in letzter Zeit sehr merkwürdig. Unsere Beziehung ist auf einem neuen Tiefpunkt angelangt. Könnte das eventuell auch andere Gründe haben? Nein, ich denke nicht. Ich habe schon gemerkt, dass sie sich immer mehr von mir distanziert. Sie hat sich auch schon räumlich von mir getrennt. Haben Sie ein Wort von Ihrer Frau? Ja. Was machen Sie wirklich? Ich bin in der Wasserwirtschaft tätig. Meine Frau ist eher künstlerisch interessiert und arbeitet bei den Regenzer Festspielen und entwirft und fertigt dort die Kostüme. Ich habe auch den Verdacht, dass sie dort jemanden kennengelernt hat. Deswegen geht es mir eigentlich nur noch darum, dass sie mir den Beweis liefern, dass sie mich betrügt. Weil ich möchte nicht mehr für dumm verkauft werden. Ich verstehe, was Sie meinen. Ich kümmere mich drum. Ja, alles klar.